Kommt noch was? Irgendwo lungert hier noch einer rum, ich weiß es doch. Da, genau auf dich hab ich gewartet. Ah, geh weg. Muah, du bist... Was ist das? Was ist das? Äh, Moment. Öffne. Huah! Fühle ich auf die Stachel springen, die tun mir sicher weh. Und die Musik ist aus. Wow. Aua. Was bist du? Hm, ich hätte speichern sollen. Okay, es tut mir weh. Oh. Ah, die Dinger kann man kaputt machen. Es bringt's natürlich auch, die Dinger... Äh, erstmal Energie holen. Ah, jetzt, I understand. Ja. Erstmal die Dinger ein bisschen kaputt machen, damit ich wieder Energie kriege. Ja, dann spring ich erstmal direkt in die Viecher wieder rein. Äh, ach ja. Ah, geht doch. Aua. Komm mir nicht so tief. Mann, so schnell kann ich mich nicht bücken. Ja. Jawoll. Aber was ist das für irgendwie nervige Bossmusik? Nein, keine Raketen. Heilungen. Uah. Gebürgt. Nein. Yes. Nein. Uah. Ich weiß nicht, die Bossmusik ist irgendwie komisch. Ich gu... Und jetzt geht er wieder auf. Uah. Hyperspeed. Jetzt aber. Los, geh auf. Das Ding sieht irgendwie komisch aus. Und hier unten sehe ich gerade, das ist eine grüne Tür. Wo kommt die denn her? Heilung? Sag mal. Habt ihr was dagegen, dass ich mich... Upsala. Nein. Was tue ich da? Jetzt. Habt ihr was dagegen, dass ich mich heile oder so? Ah, da ist ja was. Ah, Heilung. Ah, natürlich fliege ich nicht. Aber das Ding rein. Hm. Es ändert seine Farbe. Diese mysteriöse Musik dazu. Ah, Heilung. Nein. Shit. Besiegt. Ja? Wirklich? Bist du tot? Also ich glaube, wenn er mir so viel Energie und Sachen Heilungen gibt, dann heißt das, er ist tot. So, kriege ich hier oben was oder so? Ist hier was? Bist du hier irgendwie noch? Ne, da scheint nichts mehr zu sein. Okay, was haben wir hier? Wie? Das war es jetzt? Einfach nur... Was? Hallo? Achso. Immer nach unten schießen. Immer nach unten schießen. Immer nach unten schießen. Hallo? Cool, was ist das? Supermissile. Yeah. Ah, mit dem Supermissile mache ich dann wohl die grünen Türen kaputt. Moment. Ah. Perfect. Jetzt habe ich auch die Supermissiles. Und da ist ein Raum, in dem ich etwas nicht habe. So, jetzt würde ich gerne einen Speicherraum haben. Und mal eben so kurz abspeichern, was ich gerade so geschafft habe. Oh, hey. Angehörig von hinten ist unfair. So, und boom. Wuh! Mann! Kommt nicht aus jeder Ecke oder so rausgekrochen und... Where the fuck... Ja, schön. Ich weiß. Äh, wo bin ich denn hier eigentlich? Ah, okay. Ja, warum auch nicht. Boom. Äh, hallo? Auf. Auf. Danke. Where is noch so ein krankes Vieh? Ist er tot? Ja, bist du. Da ist eine orange eine Tür. Ich glaube, das kriege ich noch nicht auf. Aber hier unten ist was. Yeah. Mr. Container. So, warum sonst noch irgendwas, außer... Und da ist auch noch ein Item. Und oben war ich schon mal. Moment, das muss ich eben nachgucken. Ja, ja, ich weiß, dass da was rauskommt. Äh. Tot. Und verderben. Hier. Da ist eine Tür. Zack. Und... Ne, Moment. Wenn ich da runterfalle, komme ich nie wieder... Okay, probieren wir es mal aus. Äh. Tot, 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 tot. Äh. Jetzt kommen wir sogar von der Decke. Stirb. Ah, okay. Umsonst hochgegangen. Und dann gehen wir also runter. Zack. Dash. Und... Äh. Okay. Rein da. Boom. Jetzt kann ich da rein. Was ich vorher nicht konnte. Und... Was ist das? Achso. Moment. Kann ich da abschießen? Nein. Jetzt kommen die sogar von der Seite. Sind hier immer fieser, die Viecher. Da kann ich hier nicht lang. Orangene Tür und... Bäh. Verarscht. Ich wusste, dass du von hinten kommst. Und ich wusste, dass du von oben kommst. Aber ich wusste nicht, dass du von vorne kommst. Äh. Mann. Tot. Du lebst zu lange. Ah. Energie. Schön. So. Da kommt was angehopst. Haha. Du kommst nicht zu mir. Bäh. Weg. Bäh. Zu viel Monster. Weg. Jetzt brauchen die schon drei Schläge. Das wird ja immer mehr. Okay. Dem hätte ich eigentlich ausweichen können und sollen. Aber ich glaube, ich war zu faul. Irgendwas sagt mir, dass oben der richtige Weg ist. Als hätte ich es nicht geahnt. Ja. Okay. Dann gehen wir halt oben mal lang. Und das ist sicher auch nicht ganz so einfach. Oder? Das war klar, dass man darüber rennen muss. Boom. So. Was haben wir hier? Musikwechsel. Hm. Okay. Sieht aus, als würde ich mich bald an den Dingern festhalten können. Oh. Äh. Okay. Jetzt. Missile? Ne. Das ist eine Power Missile. Ah. Dafür sind also die orangenen Türen da. Für Power. Auatsch. Missiles. Und. Ich bin gerade tief gefallen. Ich nehme den Weg, weil der nicht auf der Karte ist. By the way, wo bin ich eigentlich? Immer noch in Brinster. Und was ist das? Willst du mich auch anfassen? Los. Touch me. Energy Recharge. Oh. Yeah. Thanks. Finde ich gut, dass da ein Recharger war. Und. Wasser. Okay. Da kann ich rein. Aber nicht mehr raus. Okay. Dann. Und. Stirb. 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 Okay. Ich darf. Au. Erstens nicht in die Stachel springen. Und zweitens nicht in die Teile springen, die die hinterlassen, wenn sie sterben. Und. Wow. Wuh. What the fuck? Lass mich raus. Hallo. Darf ich mal wieder raus? Moment. Stirb erst mal. Okay. Ich komme nicht dran. Nein. Wutze. Lass mich. Gehen. Mann. Erst mal musst du sterben. Boah. Nein. Das ist noch so einer. Hey. Ja, natürlich. Genau in den Rhein. Doch nicht. Verarscht. Ich will weiter. Wo bin ich? What the? Wo bin ich? Maridia. In einem neuen Gebiet. Okay. Aber jetzt langsam könnte man in Speicherraum kommen. Könnte ich gut gebrauchen. Okay. Geh mal rein. Wum, 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 wum. Wieder Hightech-Aufzüge überall. Und Samus flackert. Samus, warum tust du das? Warum hast du was gegen mich? Wo bin ich? Feuer. Moment. Oh, cool. Ich hab das Ding runtergehauen. Und was ist hier? Hm. Okay. Probieren wir es mal mit ein bisschen Speed. Nettel. Okay. Ich guck eben noch, was in dem Gang ist. Danach werde ich wohl oder wie wohl ausmachen. Running. Shit. Okay. Okay, ich bin eingesperrt. Ah, ich bin doch nicht eingesperrt. Okay. Dann werde ich mal hier ausmachen Für heute Das war's dann für heute mit Super Metroid Wir sehen uns dann morgen wieder Bis dann, ciao Ii, da kommt was Moin So, ciao